Okay Leute, da wäre ich wieder zurück zu einer neuen Folge von FIFA 18 und ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hier, dass wir The Journey einfach da anknüpfen können, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ja, ich schau mal hier. Ich hatte ja schon den ersten Part quasi jetzt durchgespielt und ja, ich bin mal gespannt jetzt, wie es weitergeht. Aber es sieht stark danach aus, dass es wieder von vorne losgeht, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht genau, ich kann es gerade nicht einschätzen, ob das schon mal kam, oder ob das jetzt... Michael, du bist jetzt in Zeit für Frühstück, grab dich selbst einen Koffer. Was ist passiert? Präsentation könnte es besser gewesen, oder? Na, das hat es, dass einige Leute denken, dass eine Veränderung der Szene die beste Zeit bringen könnte. Definitiv, also, ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich das Spiel nicht geschafft habe, das kann auch sein. Ja, okay. Okay. Naja, das ist halt jetzt wieder der alte... Der alte Salat, ne? Kann man sagen. Gucken wir uns das noch mal kurz an, ich spiele dann gleich wieder die Runde, die ich letztes Mal schon hatte. Vielleicht gewinne ich ja sogar mal, ne? Wäre ja immer cool. Ja, aber wenn man verliert, kann man ja anscheinend nicht weiterkommen. Na? So. Kann man das irgendwie überspringen? Zum Überspringen, halten. Ah. Okay, gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, dann nochmal überspringen. So. Sehr gut. Ja, dann gucke ich mal. Mit Teamspielen, mit Hunterspielen. Ich weiß nicht, ob man hier mal was anderes machen kann. Hier gibt es schon irgendwelche Ergebnisse. Äh. Ah, Leerzeichen drücken. Ich kann ja mal gucken, mit Hunterspielen, was dann passiert, ne? Das hatten wir noch nicht. Und ja, heute machen wir das mal. So. Okay. Ich brauche die nicht, so verabschiede ich mich ja nicht. Noch ist das mein Verein. Ja, das hatte ich ja letztes Mal auch ausgewählt. Es ist nur, weil sie nicht wollen, dass sie dich gehen wollen, Lade. Naja. Okay. Okay, äh, ja. Kriegen wir da irgendwelche Boni hier? Keine Ahnung. So. Ja, dann gucken wir mal hier. Ne? Ich hoffe, dass die Lautstärke stimmt, dass es jetzt nicht zu laut ist. Ich höre es wieder sehr laut. Ah gut, ich habe aber die Lautstärke von meinem PC hochgedreht. Also, das sollte ich vielleicht mal lassen in den Folgen, ne? Weil ich höre das sonst immer so laut, dass ich mich selber gar nicht mehr höre, ne? Das ist immer übel scheiße. Aber ihr hört mich dann halt normal. Und das ist immer sehr verwirrend. Naja. So, anscheinend kann ich jetzt die Spieler auch nicht wechseln. Das heißt, äh, ich bin halt jetzt festgesetzt auf ihn. Und ja, ich muss jetzt eben hier irgendwie den Verein quasi retten oder so, gell? Irgendwie so war das ja. Wir sind ja schon in der 58. Minute. Wie letztes Mal auch. Kurz war ich auch im Ballbesitz, okay. Hab's aber vergeigt natürlich, ja. Weil ich einfach ein scheiß Spieler bin. Und ich weiß ja nicht mal, wie man jetzt hier so einen Pass hält. Und ich weiß nicht mal, was ein Pass ist, Alter. Das richtet mich so auf, ey. Diese Begriffe immer, ja. Diese tausend. Ist einfach nur nervig, ey. Ich weiß auch nicht. Ich kann das nicht leiden. Können die das nicht normal, äh, beschreiben quasi? Also, ja, ein Pass ist, dass man das so umschreibt, weißt du? Ich meine, das ist ja auch nur irgendeine Handlung, die ja irgendwie passiert. Dass man das dann eben sagt, okay, der schießt jetzt so und so und nicht immer irgendwelche Wörter dafür erfinden. Also, ich find das sinnlos hier im Fußball. Auch mit Abseits und so. Das könnte man auch viel besser umschreiben. Weil keiner weiß, was Abseits ist, ja. Irgendwie. Also, das ist irgendwie, äh, das was mit den Linien hier zu tun, mehr weiß ich auch nicht darüber. Und irgendwie zu weit rechts oder links, ne. Das hab ich mal gehört. Ja. Das regt mich einfach nur auf. Ey, ohne Witz. So. Okay, ich spiel jetzt, ich versuchte jetzt zu verwirren. Ich spiel jetzt einfach so quer. Na gut, funktioniert nicht lange. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Achso, das wär ein Eigentor, sonst wär jetzt hier auf dem Meer los gewesen. Oh, na toll. Äh, ich wisse mal gar nicht, auf welches Tor ich muss. Das ist ja das Problem. So, äh, Scheiß. Wie stand das Spiel vorher? Stand das nicht schon irgendwie 1-0 für die? Jetzt 2-0 oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja. So. Ne, steht 0-4. Für die. Das heißt, ich müsste jetzt 4 Tore schießen, um erstmal wieder auszugleichen. Als ob ich das irgendwie hinkriege, Alter. So. Wieso schießt ihr den da hin? Ich hab da woanders hingehalten. Naja, egal. Keine Ahnung. So. Okay. Los. Ich hab übrigens heute mal die Bitrate von dem Video auch auf 4.000 gestellt. Sonst hatte ich sie mal auf 5.000. Aber es hat dann sehr schnell immer geleckt. Und, ja, deswegen will ich die jetzt eben mal, will ich das mal anders machen. Ne? Und ich denke mal, das macht jetzt auch nicht so qualitativ einen Unterschied. Großartig. Äh, ja, wir werden sehen, ne? So, ah, hat er gehalten. Vor allem, wieso laufe ich ins Tor, Alter? Was ist mit mir los? Egal. Ähm. Ja. Mal sehen, wie es weitergeht hier, das Spiel. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas hinkriegen. Jetzt hatten wir irgendwie so 11 Meter, oder was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, 11 Meter müsste es gewesen sein, genau. Und, naja. So. Ich beschäftige mich halt erst wieder im Juni mit Fußball, ja? Es ist halt einfach so. Und jetzt zur Zeit habe ich damit überhaupt nichts am Hut. Weil es einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich nehme mir immer so nach der WM auch vor. Tatsächlich, weil ich dir ja immer gerne gucke. Dann auch mal das Fußballzeug so zu verfolgen, weißt du? Zumindest was die Nationalmannschaft so macht. Ähm. Aber irgendwie schaffe ich es dann nie. Und dann verliere ich immer den Anschluss. Und irgendwann habe ich dann schon wieder, fällt es mir so ein mit einmal. Und dann denke ich so, scheiße, ich wollte doch mal auch Fußball verfolgen. Und vielleicht mal ein Spiel gucken, wie zur WM. Aber dabei sind dann irgendwie schon wieder vier Monate oder so vergangen. Und dann denke ich mir auch immer so, ach komm, egal. Warten wir mal noch. Und dann vergesse ich es wieder. Und dann habe ich wieder keinen Bock mehr, so. Ja, es ist irgendwie immer so. Und ja, keine Ahnung. Also ich würde ja schon auch mal das ein oder andere Spiel gucken. Ja, wenn ich mal Zeit habe. Also ich würde jetzt ja nicht irgendwie jeden Tag das gucken. Keine, äh, also keine Sorge oder keine Ahnung oder was weiß ich, was ich da jetzt sagen soll. Ähm. Da habe ich halt absolut keine Zeit für, ne. Das ist klar. Aber vielleicht mal so alle zwei Wochen ein Spiel oder so, keine Ahnung. Das könnte ich mir schon vorstellen, da mal reinzugucken. Aber, ja, muss ich halt auch Zeit für haben, weißt du. Und dann spielen sie wieder da nicht, wenn ich gerade mal kann. Und, ja, es ist alles nicht so einfach. Naja, egal. So, ich könnte mir natürlich auch die Zusammenfassung angucken. Aber das ist jetzt auch nicht so interessant irgendwie. Und, naja, wir haben verloren. Das ist ja schon, steht ja schon fest seit Minute 1, ja. Wie willst du hier auch vier, fünf Tore machen? Ey, das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Und nur dann hast du gewonnen. Weil es schon 0-3 am Anfang steht. Wie willst du das dann noch retten? Wenn das andere Team einfach das Stärkere ist, ja. Da hat man einfach keine Chance. Hier großartig. Und, ja, deswegen finde ich das halt auch alles hier ein bisschen, äh, komisch. Wie das geregelt ist. Toll, jetzt haben wir noch zwei Minuten. Ey, da werde ich richtig was reißen noch, ja. 100 Pro. Ey, wieso schießt das immer dahin? Es geht wohl nur zu Teamkollegen, aber der andere, auf der anderen Seite stehen wohl keine. Naja, anscheinend hat das irgendwie sowas miteinander zu tun. Und ich stehe nur rum. Ja, komm, mach doch noch ein 0-6, ja. Ist ja klar hier. Oh, Nachspielzeit, ey. Heftig. Immerhin etwas. So. Okay, na, ich sollte hier den mal unterstützen, vielleicht eher. Ähm. Ach lo, ich dachte schon, das ist drin, ne. Aber nee. Ja, irgendwie. Um nochmal aufs Thema zurückzukommen, zurückzukommen mit diesen, äh, Fußballbegriffen. Irgendwie so sogar das Wort faul und so, das regt mich auch auf manchmal. Nicht immer, aber. Ja, keine Ahnung, das ist einfach nur nervig. Oder hier, diese ganzen, was gibt's da? Flanke, genau. Oh, das ist auch so ein Scheißwort, ey. Was heißt das? Es kotzt mich einfach nur an, ja. Ich kann das alles nicht hören, ey. Ach, naja. Da könnte ich einfach nur drüber upragen die ganze Zeit. Und, ja, soviel dazu, würde ich mal sagen, hier. So, mal sehen, was jetzt diese Folge noch so passiert. Vielleicht wird's heute mal etwas kürzer, weil jetzt ist das Ganze natürlich schon vorbei. Jetzt ist mal wieder ein bisschen Ruhe, ja, ey, endlich. Ja. Übrigens, ich spiele auch zur Zeit im Offline-Modus, deswegen kann ich gerade auch nicht hier alles, äh, ja, online-technisch machen. Ähm. Ähm, Spielerleistung war 40 Minuten, ganz schwaches Stellungsspiel, damit lässt du dein Team im Stich. Okay, sehr geil. Immerhin etwas geschafft, ja. Ich meine, ja, warum nicht einfach mal Team im Stich lassen? So, ich kann ja mal weitermachen jetzt einfach mit dem Roleplay. Es geht ja noch weiter, glaube ich, jetzt, ne. Und, ja, vielleicht kann ich auch ein bisschen überspringen, um dann mal zu gucken, wie es dann später weitergeht. Ja, machen wir einfach nochmal hier. Vielleicht auch wird die Folge etwas länger, je nachdem. Okay, mal sehen, was er sagt. Du musst sofort mitkommen, okay. Hm. Keine Ahnung, was da los ist. Aber anscheinend gibt's jetzt ne Strafe für ihn, weil er so schlecht war. Oh, ne, Aids! Hm. Alright, Michael. She's starting to freak me out, what is going on. Hm. We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Hm, da hat er keinen Klub am Ende, huh? Hm, na ja. Mal sehen, was rauskommt hier. Are you sure, this is what it's going on? Not about the tour of the US, but it's enough for life. What is your heart, Toe? Jetzt sitzt er wieder hier rum. Irgendwie dreht sich wahrscheinlich alles im Kreis jetzt bei ihm, keine Ahnung. Und jetzt geht's wohl erst richtig los, oder was? Oder war das jetzt nur so der Anfang? Ah ja, weil's ja nur ne Demo ist, war das jetzt schon das Ende hier? Das ist quasi nur so ne Einleitung in dieses The Journey. Okay, interessant. Ja. Ich würd sagen, dann wär's das gewesen an der Stelle mit der Folge. Ich hoffe, wir sind nur über 10 Minuten, ja. Das ist ja immer so, das ist nicht, weil ich Geld haben will oder so, ja. Ihr wisst ja, ich verdien kein Geld, aber ich will immer die 10 Minuten erreichen. Weil das ist einfach ne gute Folgenlänge und mich regt's immer auf, oder mich nervt's immer, wenn's so 9 Minuten 30 zum Beispiel sind. Das ist immer blöd. Zum Beispiel bei City Survival 2, äh, Folge 1. Die ging 9 Minuten 56. Und das hat mich auch übelst genervt. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht noch irgendwie, äh, 20 Sekunden noch aufgenommen hab oder so, damit ich, äh, also nachträglich noch, damit ich noch, äh, über die Zeit komm. Aber, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, gucken wir mal jetzt. Äh, ich würd sagen, wir machen dann in der nächsten Folge ganz normal weiter. Da wird's noch ein paar Themen eventuell geben, ein paar Spiele, äh, und, ja. Da haben wir jetzt auch mal in The Journey reingeguckt, ein bisschen. Heute nochmal. Und, äh, ich denke mal, das ist auch ganz gut so. Also zweimal, das reicht dann auch. Und, ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut da rein. Das wär's gewesen. Und, ciao. Ciao.